...weihnachtlichen Klänge. So, jetzt kommt was ganz anderes. Damen und Herren, das italienische Wort Bersaliere leitet sich von Bersaglio ab. Das heißt so viel wie Zielscheibe. Drei, ins Deutsche übersetzt könnte man auch sagen, schützen. Und tatsächlich, bei der Fanfara Bersaliere Giulielmo Colombo handelt es sich um ehemalige Soldaten der Infanterie des italienischen Heeres. Und sie benennen sich nach ihrem Gründer vor 100 Jahren, Giulielmo Colombo. Beheimatet sind sie in Lecco, am südöstlichen Ende des Colomosees, also südliches Ende der italienischen Alpen, so kurz vor Bergamo, für die, die sich vielleicht ein bisschen auskennen und dort schon mal im Urlaub waren. Gegründet 1997 führen die ehemaligen Soldaten in reiner Blechbesetzung die traditionelle Musik des italienischen Heeres fort. Aber auch populäre und klassische Titel sind im Repertoire und nicht zuletzt, lassen Sie sich überraschen, auch Gesang. Mit spektakulären Choreografien bei hohem Lauftempo, vielleicht hat der ein oder andere die Gruppe vorhin schon durch Fliegen marschieren sehen, oder besser springen sehen. Mit militärischer Exaktheit begeistern sie seit Jahren in vielen Spielstätten in ganz Europa und sie waren auch schon in Südkorea zu Gast. Jetzt aber sind sie nicht in Asien, sondern sie sind hier in Fliegen in der Kreissporthalle und wir wollen sie sehen. Unter der Leitung von Fanfarenführer Luca Losa marschiert jetzt sehr italienisch ein die Fanfaren-Besagiere Giulielmo Colombo aus Lecco in Italien. Viel Spaß! Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Musik 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 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.